Warum haben die neuen Best-Choice-Produkte einen Zusatznutzen? Eine Frage, die immer wieder von Verbrauchern gestellt wird. Die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach. Futter ist nicht nur da, um die Tiere satt zu machen, sondern um sie optimal zu ernähren. Das heißt, wir brauchen bestimmte Nährstoffkombinationen, um das Tier in seinem Bedarf zu befriedigen. Und um das optimal zu machen, ist es sinnvoll, dass wir die Verdauung unterstützen, dass wir den gesamten Nährstoffapparat, der dem Tier zur Verfügung gestellt wird, so aufbereiten, dass der Organismus ihn gut verarbeiten kann. Dazu benutzen wir bestimmte Zusatzstoffe, natürliche Kräuter oder andere Stoffe, die den Verdauungsapparat unterstützen und damit gezielt nach Altersgruppe Bedarf Lebenssituationen des Hundes mit unterschiedlichen Zusatzstoffen, die Futter aufwerten.